Warum lasse ich das nicht einfach so? Ey, ist schon geil. Macht Spaß. Jetzt will ich nicht. Okay, geht jetzt hier auch noch gar nicht. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Wumm. Wumm. Untertitelung des ZDF, 2020 Mist, ein bisschen zu kurz wieder. Kleiner Kritikpunkt an der Stelle. Muss dieser Kampf jetzt tatsächlich wieder von ganz vorne losgehen? Nein, muss er natürlich nicht. Aber wir machen das trotzdem so. Geil. Wir machen das halt trotzdem so, ne? Ist halt so, ne? Oh, die scheiß Katz hier muss ich mir jetzt halt auch immer wieder antun, ne? Ich wüsste zumindest nicht, dass ich sie irgendwie abbrechen könnte. Vielleicht kann ich ihn schon damit verletzen, indem ich möglichst in seiner Nähe die Kisten explodieren lasse. Schauen wir mal. Ich glaub's aber nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Nein, oder? Also wirklich, diese eine Millisekunde, die hätte der mir jetzt wirklich schenken können. Heiland Sack. So was regt mir dann echt auf, wenn's wirklich so kleine Schöne da geht. Dann hast du wieder ewig lange Ladezeit dazwischen. Oh, ne? Gefühlt. Ja, wenn ich dieses scheiß Gedöns da vorne anschalte, das muss ich doch jetzt bitte nicht jedes Mal nochmal machen. Ich hoffe mal, dass das aber auch dann sein letzter Angriff ist. Und wenn ich den jetzt halt irgendwann mal abwehre, ob die Geschichte hier auch rum ist. All right, big guy. You ass quick. Come. Oh. Oh. No. WDR mediagroup Glocken 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 WDR mediagroup Glocken